Schon dreimal wurde der deutsche Webvideopreis verliehen. Im letzten Jahr im Kapitol in Düsseldorf mit über 1000 Gästen und von euch mitbestimmten Gewinnern. Viele haben sich gefreut. Manche nicht. Das weicht manchmal ganz schön fies und so. Und wir machen trotzdem weiter. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017